Ich zeichne eine Fremde in der Manga-Abteilung von Thalia. Irgendwie hat mich der Style von dem Mädchen an Jojo erinnert, deswegen dachte ich mir, ich spreche sie einfach mal an, aber leichter gesagt als getan. Ich habe dann mal Mut zusammengefasst und sie angesprochen. Aus den ganzen Mangas, die sie in der Hand hatte, bei Thalia gibt es richtig viele, hat sie sich dann einen ausgesucht. Es wurde einfach Shainsaw Man und zwar habe ich sie inspiriert von Makima gezeichnet. Findet ihr, sie könnte jetzt Shainsaw Man Charakter durchgehen? Ich habe ihr dann die Zeichnung von ihr selber gezeigt und sie hat sich so gefrolt.